Was hast du gesagt? Irgendwie pumpt dir kein Öl. Musst du Dirk fragen. Dirk? Ne, Öl muss er eigentlich pumpen. Aber ich weiß nicht, ob du dir die Raffinerie ausst. Nein. Du musst ja erst mal wenigstens noch in den Tank pumpen können. Dirk, was hast du gesagt? Der Zauberstein hält ewig? Ah, schon kaputt gekriegt, oder? Nein, ich habe mich aber nicht mal benutzt. Den nutze ich ganz langsam ab. Also ich habe ihn jetzt schon 20 mal verwendet. Das ist nicht mal intenzentlich. Wie stelle ich... Aus Pflasterstein... Gold... Ähm... Eisenherr. Hier aus Pflasterstein Eisen? Ja, aus Pflasterstein... Aus Pflasterstein Eisen, aus Eisen Gold und aus Gold Diamanten. Du kannst aus Pflasterstein... Ich werde es selbst tun. Ihr pumpt keine Öl. Kannst aus Lehm aus Obsidian Eisen her stöhnen? Oder kann man auch gleich Diamanten... Ah, die Sonne geht auf. Du kriegst aus... Aus... 1, 2, 3, 4... Aus 5 waren Gold in Diamanten. Aus 4. Und diesen Stein. Ja, aber wie kriege ich... Ähm... Du kannst aus... Aus Cobblestone... Aus Cobblestone machst du... Machst du... Eisen... Aus Eisengold und aus Gold Diamanten. Aber wie? Eisen... Oder wurde hier unten wieder... So ein Verbrennungsmotor gebraut bei Öl? Eigentlich nicht. Oder? Warte mal. Nee, Kohle. Kohle brauchst du, Kohle. Stirling-Motor. 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 Redstone ist zu schwach, glaub ich. Kohle brauchst du. So wie ich's vorne bei dem... Query hab. Nee, man... Du kannst ja aus Obsidianen... Du kannst ja aus Obsidianen... Du kannst ja aus Obsidianen... Du kannst ja aus... Fertigholz machen. Ja, die Bretter... Du kriegst ja in Obsidianen raus. Und das Obsidianen mach ich was? Äh... Wird diesen Minium-Stein und dann... Rechts und darunter machst du ein normales Holz. Also wie keine Bretter, sondern das richtige Holz. Ja, und weiter? Dann kriegst du ein Obsidian. Und aus vier Obsidianen kriegst du ein Eisen. War das Obsidian? Und diesen Minium-Stein. Hm, war das Obsidian, aber so. Was waren da Steine? Gold... Also du musst dich Stirling-Motor machen und dann Kohle mitnehmen. Ja... Aus sieben Eisenbahn und diesen Minium-Stein kriegst du eben mal Gold. Und dann kriegst du aus den Gold-Diamanten. Na, das ist so. Wirst der Laser auch, wann der aufhören soll mit dem Abbauen? Wenn er unten ist? Er lebt, dass er hier noch einen Nullpunkt wegfrisst. Ja... Und die ganze Erde bricht zusammen. Der ist schon ganz schön tief. Och, das täuscht. Hier ist schon ziemlich viel Wasser drin. Wir haben schon einen neuen See. Okay. Das soll so. So... Irgendwas dagegen, wenn ich dann trotzdem schon verschwinde. Nein. Nö. Nö. Ich will wenigstens noch drei Stunden schlafen. Ja. Hahaha. Hahaha. Was sieht uns? Ehh. Hahaha. Wer hat mich jetzt geschlafen? Sie? Äh! Schlapper drauf, du! Hahaha. Hahaha. Pranked. Nein! Das war ja super clever. Hahaha. Ach. Cool. Jetzt darf ich stehen bleiben, ja? Hast du verbrannt, he? Ach auch. Ja. Jetzt muss ich ja schlafen. Scheiße, wieso tust du sowas? Weil ich kann. Und jetzt haut er auch noch ab. Das ist ja sowieso schon spät. Ja. Da kriegst du gar nichts raus, Dirk. Das ist du, das... Ja, du... Das ist trotzdem da. Das ist trotzdem da. Drück mal einfach drauf. Das ist... Im Bug ist das bloß. Das wurde nicht angezeigt. Ach. Nö. Aber können wir jetzt auch... Ne? Auch Pause machen. Ja, ich würde auch sagen. Da ist wirklich noch da. Alles legen. Ist nicht vorne, oder? Nee, ich sammle das mal ein. Ach nee. Junge, Junge, Junge. Drück mal, alle. Aus. Also wir... Bist schon PP's mäßig. Na gut. Oh. So, schnell. Warte geht's. Fressen. 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 Muss da mal anders fressen. Äh, Svenne? Svenne? Hm? Ich hab was für dich. Komm mal her, ich hab was für dich. Komm mal her. Komm mal her. Hier. 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 Willst du noch was haben? Willst du noch was haben? Hier. Ja. Ist die Leitung kaputt? Ja. Ist die Leitung kaputt? Unten, wo die Lava fließt. Da? Ach, die kommt weg. Da kann da draußen die Maschine auch abgemastelt werden. Ja. Da brauch ich hier doch diesen blauen Schlüssel, um die Gräte abzubauen. War das nicht so? Nee, diesen... French. French. Ach, hab ich den doch. Gut, French hab ich ja. Hab ich den ja gewähren, Svenne. Ja, ich hab ja French. So, das brauch ich. So, was war der Plan? Ach ja, hier oben die Maschine müsste ja auch mal weiterlaufen, wa? Nee. Wieder hochbauen. Pflasterschein. 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 Das. 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 Das machen wir jetzt anders. Hops. 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 Was los? Was los? Was los? Hier ist ein grüner Ocker. Äh, keine Ocker. Draußen. Was? Ocker? Ocker ist da eigentlich sandformt, oder? Ja, ein grüner Ocker, sandformt. Oh, wieder keine Kohle. Was? Oh, ich will jetzt in den Urwald. Ich will jetzt in den Urwald. In den Urwald. In den Urwald. Bäume. Oh, uh, 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 uh. Ah, du. Ja, genau. Bäume. Mal die Aparaturen schicken. Bäume. Bäume. Ja, aber ich muss mir aber erst einen Goldschwert kraften, weil es jetzt nachts weniger wird. Bäume, Bäume, Bäume. Ähm, Svennewitsch, Svenny. Na? Du hast mich gefragt, wann der Scheiß ja fertig ist, oder? Na? Ist das fertig? Nein, nein, nein. Ich bin grad eben Apparaturen checken. Ähm, kannst du mal kurz, ähm, STAG drücken? Oder wo bist du denn? Ich bin grad was beim Prüfen. Okay, ne, ist ja egal. Ähm, wenn der aufhört. Äh, abzubauen sag ich jetzt mal dazu, ja? Dann ist er fertig. Dann kannst du ihn umsetzen. Aber ich denke, der braucht, wir mussten mal eine coolere machen. Natürlich, hab ich ja grade gemacht, weil der war fertig, der war voll, äh, leer. So, was war der Plan? Ja, ja, ja. Warum gehen dort eh keine Redstone-Motoren? Redstone-Motoren? Ne, die sind zu schwach. Ja, die werden noch wärmer. Die sind zu schwach, die sind zu schwach. Die kriegen's nie gebacken. Drei davon. Drei davon. Haben wir... Haben wir... Haben wir Eisen? Ja. Bei Erz. Erz? Nee, Stahl nie Eisen. Bei Erzfunde. Ähm, haben wir einen von... Ein Blastofen? Nein. Raffinerie-Eisen haben wir da. Raffinerie-Eisen da. Ich muss grad mal gucken, in der Raffinatur spinnt gerade. Immer noch so'n Ocker hier. Dirk? Ja? Raffinerie-Eisen, ist das Stahl? Nein. Wie mach ich den Stahl? Ich brauch den Fonaz... Äh, den Blastofen. Ja, wir brauchst den Blastofen. Weißt du, wie der geht? Guck mal. Wie heißt der Blast von... Fonatsche, oder wie? Bla... Blast von... Furnace, ne? Äh, z.B. Sind das die... Ich bin grad schlecht. Wo bist denn du? Habt ihr grad gesehen? Warte. Sind das die einzigsten Erze, oder haben wir noch irgendwo anders Erze? Wie heißt er auf Deutsch? Müssten er recht irgendwo rumlaufen, durchlaufen. Ich weiß es nicht, Dirk. Ich weiß nur, dass er Blast... Furnace heißt. Nö, hau mani. Oh, hier ist Kohle, cool. Wie sieht denn der aus, wisst du das? Äh, wie im Blast-Furnace? Weiß es nicht, tut mir leid. Also, optisch jetzt. Ne, tut mir leid, weiß ich nicht. Ne, Hammergun. Weißt du, wie das funktioniert? Äh, wie man den baut, meine ich natürlich. Ja, wenn ich wüsste, wie... Wie der aussieht. Was steht die da? Der Name steht da. Das ist ja doof, oder? Halt. Halt nicht. Gibt's bloß... Du hast die Mikro-Jacks, Narin Honage, redeem, Elektrik Honage, Induktions Phone too much on the planet? Furnace heißt das! Induktions Phonage Hello Phonage Was war das? Hello... Hello... Funnage... Hello... Blue Electric Funnage... Blue Electric Allo Funnage... Power Red Funnage... Slack Funnage... Und ein Funnage-Hatter Und dein was? Ist ein Funnage-Hatter Hat er doch gesagt! Ach, ihr seid doch alle Streber Zur Arm ist scheiße Was kann man diesen Plast machen? Stahl... Stahl brauchen wir Da gucke ich doch bei Stahl auf, was Brüder hießt Eigentlich ist das ne gute Idee, wollte ich mal behaupten, wa? Stahl wie Stahl, oder was? Nehme ich mal an... Svenne... Der... Die Sendebox... Geht die... Wo geht die im Haupthaus hin? Wo geht die... In Putsch... Na weg gehen natürlich eh nicht... Wird aber nie angezeigt, wie man denn herstellt... Wem? Na dieses Stahl... Bloß... Aus... Stahl-Nuggets und ein Stahl-Bahn... Ja und wie mache ich die Stahl-Nuggets? Ja und wie mache ich die Stahl-Nuggets? Ach Mensch Dirk... Das hilft mir nicht... Hehehehe... Hehehe... 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 Ich werd von ner Ratte geschlagen... Hau zurück... Nein... Nein... Doch... Die Ratte ist für böse... Hehehe... 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 Außerdem hab ich dir das... Hab ich dir das doch geschickt... Dirk... Dirk... Den Link... Den Link... Ja ich hab aber jetzt geguckt... Warte mal... Aber was... Was war denn Stahl... War das nicht da oben wo wir den Stahl herstellen konnten? Den Majajastelturm? Der große hier meine ich... Also so ähnlich sieht er zumindestens aus... Ja... Kokkerei... Weißt du was ich meine? Ja... So ähnlich sieht das zumindestens aus... Ja... Das ist wichtig... Aber ich weiß nicht ob er das ist... Das muss... Muss er ja sein... Äh... Das... Das machst du mit... Holzkohle... Oder mit... Kokkakohle... Ne... Ich kann aber kein Stahl reinmachen bei der Kokkerei... Du... Stahl bekommst dir auch raus... Ne... Ich hab aus... Aus... Aus Kohle hab ich... Du sollst da keine Kohle rein tun... Du sollst Stahl darin... Äh... Eisen darin brennen... Und aus den Eisen wird dann... Äh... Aus den Eisen wird dann Stahl... Warte mal... Oder der Kleene Ofen hier? Die Aller-Funnelschen? Ich hab keine Ahnung... Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Blast-Furnace oder Blaster-Furnace, was weiß ich, wie das Vieh hier ist. Smelting... In der Zone schweißen... Sollte er denn nicht erstmal reißen? Sollte er schweißen...